Schon frühmorgens duftet es in der traditionsreichen Bäckerei Posselt in Kaufbeuren Neugablons herrlich nach frischem handgemachtem Brot. In den altehrwürdigen Gemäuern des Familienunternehmens wurden schon vom Urgroßvater der nunmehrigen Juniorchefin Sabrina Posselt leckere Teigwaren aus echter Handarbeit kredenzt. Beste hochwertige Rohstoffe aus der Region werden hier dank spezieller Teigführung zu wundervoll wohlschmeckendem Brot und Gebäck veredelt. In der Bäckerei Posselt wird noch alles selbst gemacht und das Wissen um die Kunst des handwirklichen Backens mit viel Engagement hochgehalten. Doch nicht nur unvergleichlich gute Brote, sondern auch belegte Sandwiches, Semmeln, Plundergebäck, Kleckselkuchen, Butterwischel und andere sudetendeutsche Spezialitäten begeistern die zahlreichen Stammgäste jeden Tag aufs Neue. Brot von Posselt. Auch in Vormärkten und in zahlreichen Reformhäusern im Allgäu erhältlich. Untertitelung des ZDF, 2020